Yo lieben, das ist Schöpfe und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal und heute steht mal wieder eines der ganz entzückenden Projekte einerseits an, einerseits Fun, einerseits Schlamm und zwar geht es heute um den allumfassenden Schöp-Youtuber Ja, dankeschön, dankeschön, dankeschön Ey, du da hinten, chill mal deine Eier Ja Leute, heute stelle ich euch einen YouTuber einer ganz anderen Sorte vor Ich habe ehrlich gesagt, das ist nicht diese Art YouTuber Habe ich nicht gedacht, dass es hier reinschafft Und das sind zwei Kategorien, von denen ich nicht gedacht habe, dass sie es reinschaffen Aber hier sind sie, es ist eine Mischung aus Designer und Badwurst YouTuber Und das vereint in einem Und das ist der wundervolle, allumssagende Gaming Set Und ja, ich hatte mal einen bewährten Stream vor ein paar, vor zwei Monaten war das glaube ich Oder vor einem Monat, da habe ich seine Videos gesehen Da war er noch nicht so ganz auf dem Level wie jetzt Aber da hat er mich schon beeindruckt vom Schnitt her Da war er schon sehr, sehr weit Seine Videos haben sich immer weiterentwickelt, weiterentwickelt Und das habe ich im Auge behalten, bis sie jetzt richtig, richtig gut sind Also wirklich Leute, für alle Leute, die Badwurst feiern Aber auch noch guten Schnitt auf der anderen Seite wollen Ist das der perfekte Kanal für euch Natürlich ist es auch ein sehr schnicker Designer Und ja, ich zeige euch mal so einen kleinen Ausschnitt von dem, was er so designt You You Bis zum nächsten Mal. Also für alle Leute, die schnickle Designs wollen, schaut in die Videobeschreibung, dort findet ihr ihn und holt ein freshes Design bei ihm, weil er ist echt gut. Aber natürlich geht es ja hier vor allem um die krassen Videos und hier dachte ich mir direkt, ich hole mal von der Pick Up The Old Bad Wars Challenge, die er für die auch nominiert war, die er auch gemacht hat. Hier baller ich direkt sein Video rein und ihr könnt euch selbst von ihm überzeugen. Und herzlich willkommen bei dem Besten Format auf YouTube. Ihr habt es wahrscheinlich eben schon gesehen und zwar... Ihr habt es wahrscheinlich eben schon bei den Rames gesehen und zwar hat er mich herausgefordert... Old School Bad Wars zu spielen. Yay! Für die Leute, die nicht wissen, was die Old School Bad Wars Challenge ist, man muss einfach One Click spielen und halt als das Bad Wars spielen. Wir sind hier auf dem GOMMA Depot Net Server und zwar spielen wir 8x1, weil... Ich habe keine Freunde. Das ist schon sehr hart belastend. Aber ich würde mal sagen, es geht direkt los. So, wieder erstmal das Bett schön eingeschwitzt hier. Der hackt doch, Alter! Enjoy Bun, Alter! Mann! Kleine Ohre. Also dann Leute, ich denke, das war genug Ausschnitt von ihm, um zu sehen, wie gut er wirklich ist in YouTube Sicht her. Deswegen hier schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr seinen Kanal. Hier findet ihr auch die anderen Videos direkt. Macht ihn die 400 Abos voll, weil dann hat er endlich seinen freshen, verdienten 400 Abos. Da freut er sich bestimmt. Lasst den Like, Abo da, alles. Und dann haut rein, macht's gut. Wir sehen uns wieder in 30 Wochen, wenn die nächste Folge Top YouTuber kommt. Haut rein, macht's gut und ciao!